Hallo, 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 community-namen hier einfügen, brothers and sisters, ist so lang, ist so lang, brothers and sisters, Geschwister, was, ne, ich weiß immer dann, wir sind jetzt immerhin etwas über 700 Leute, da muss man ja dann schon Namen für diese Gruppe haben, Konglomerat, Ansammlung von Zuschauern, Fans, ich bin ja kein Arschloch, Zuschauer, ne, sagt ja jeder, wie wollt ihr denn heißen, mit ihren normalen Namen haben, so einfach einen Menschen-Namen, Günther, alle heißen dann Günther halt, oder irgendwas Zweifliches, Wendy, gib mal den Baseballschläger, Wendy, 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 ist so krass, gell, ist so krass, ja, da, du kommst, doch nicht, Natürlich, na, natürlich, na, natürlich seid ihr die Einzigen, wie würdet ihr denn gerne heißen, wie würdet ihr denn gerne heißen, ja, wie wollt ihr als Community, äh, also als Zuschauer-Community, wie wollt ihr heißen, Überlegt euch mal was, vielen Dank für 700 Abonnenten, ja, echt geil, Beste Community und so, wisch, hier noch ein Effekt zum Schluss, Beobacht, hier nochmal kurz in der Hand ohne Effekt, dass ihr den Unterschied seht, so, guck, ich hab da nichts versteckt, das ist ja ganz normale Hand, Die Nachbarn gucken schon, deswegen schaue ich die ganze Zeit raus, Was macht denn der Idiot so in seinem Zimmer mit der Kamera, du? Scheiße, Udo, mach Strahlen und mit beim Torno, hä? Gut, gut, ja, lauf, lauf, Bring mal Milch mit, gell? Ah, da, auf Facebook und unter den Videos wird jetzt schon einige Male gesagt, dass ich Ähnlichkeit mit Alligator hab, Deswegen, äh, hab ich jetzt, ich wurde tatsächlich schon auf der Straße angesprochen, Deswegen hab ich jetzt einfach mal Spaß hier, Also, ich bin auch wirklich Alligator, ich bin tatsächlich Alligator-Fern, Ähm, Zu der ersten Stunde und so, Bitches, 700 Abonnenten, ihr seid echt die Besten, wirklich, jetzt ohne Witz, voll geil, Ich hoffe, das ist, äh, ist in Ordnung als, als, äh, 700 Abospecial, Ich werde vielleicht noch ne Salzbrezel essen, Wollt ihr das sehen? Ich blödes Arschloch, es ist jetzt 11.35 Uhr, Um 14 Uhr soll das Video da sein, Ich wollte es eigentlich gestern machen, Aber ich hab deutlich wichtigere Sachen zu tun gehabt, Als, äh, irgendwelche Videos zu machen, Und deswegen mach ich es jetzt, Was ist denn mit den Nachbarn los jetzt? Geht wieder rein, Ich mach hier keine Pornos, Okay, ich mach's schon, Ja, mach mit, komm, Ah, wir hoffen jetzt, Ach, Respekt mit euch, Ich muss den Scheißer noch hochladen, Jetzt haltet mich nicht so lange auf, Ich muss das doch noch bearbeiten, Immer cool, wenn man Sachen aus, Aus vergangenen Folgen zeigt, So, kennt ihr das noch? Ja, okay, hab ich ja erst letztens gemacht, Das ist zum Beispiel Klammerwaffenarsenal, Hier noch ein Requisit, Also jetzt diese Klammern, Die sind ja sicherlich noch im Gedächtnis, Aber es gibt doch noch eine Sache, Ein altes Requisit, Das schon jahrelang nicht mehr benutzt wurde, Jahrzehntelang, Wahrscheinlich können Sie sich nur Der harte Kerl daran erinnern, Und zwar diese Axt, Hab ich erst letztens beim Simon Abonnenten Special genutzt, Aber jetzt sind wir schon bei, Was weiß ich, 715 oder sowas, Das ist ja schon so lange her, Wie bin ich hier hingekommen? Komm, wir können noch kurz zugucken, Wie ich unzufrieden mit meinen Haaren bin, Okay, guck, Ich bin wie so eine Frau, Aha, aha, Was ich anhab, Aha, die Nacht, Weil jetzt eskalieren sie, Hilde, Ja, Pasch auf Maka, Ja, Das ist schön, Das ist schön, Ihr könnt es übrigens nicht hören, Weil, Die ist so leise, Ja, Hast du die Gruppe entkult vom Acker? Ja, sehr, Ja, gut, Gut, De Momfrey, Dem geht's gut, Ja, Ja, Das ist schön, Das ist schön, Gut, Aufs Fechtel, Wo? Nee, 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 Hör mir ruf, Komm, Geh mir fort mit dem Scheiß, Jetzt seif dich in, Du Ali, Pottsau, Ja, Die Nachbarn sind so nett, Aber ich nennt, Jetzt ist es aber gut, 700 Abonnenten Special, Das war's, Tschüss, Seitdem war ich für den Klischoblick, Achtung, Drei, Zwei, Ah, Das ist wirklich abbeschleckt, Ich bin schon alt, Bin ich nicht gemächt und so, Gute Nacht, Musik